teamwork hier vom feinsten nicht alleine geschafft denke ich ja noch mal zehn minuten drauf gebraucht also gut so wow 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 ist das riesig ich hab jetzt wieder irgendetwas aktiviert runtergefallen runter jetzt denke ich aber glaube ich in einem momenten selber natürlich nicht mitnehmen sonst geht es ja nicht nein oh man chef ist nah ist ich finde ihn süß auch wenn er mich jedes mal ist aber ich mag ihn wir schieben von hier macht mich einfach nicht platt jawohl los 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 ich nehme dich mit kommst du mit will dich aber mitnehmen ich bin davon überzeugt dass ich die nach brauche das freut mich okay wenn ich bin hier eigentlich wenn ich jetzt klicke aha oh nein nix damit haha jetzt los 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 das ist es auch nicht und so aber nicht rüber wo in drei teufels namen ist jetzt chef schon wieder ich könnte natürlich so viele eisblöcke hier runterbringen bis es dann funktioniert oder ich probiere es mit einem trick nein ich muss eisblöcke okay ich glaube ich brauche ein paar mehr aber das geht gar nicht wie mache ich das denn jetzt mit einem neustart ganz unten ist chef okay okay dann gehen wir nachher hin wie oft kann ich mich jetzt hier eigentlich selber runter kommen ein paar mal wir nehmen acht es geht nur einer scheiße wenn ich klicke ich kann nicht klicken jetzt habe ich den ganzen schmarrern für nix gemacht hier es geht Nein, 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 nicht Ah, da ist Jeff Kann ich aber zu dir, Jeff So, Jeff gefüttert Coole Sache, gut Ja, ich hab's jetzt auch gesehen Danke euch Ich hab hier einfach ein Problem Ich kann hier nicht rüberklettern Das ist das große Problem Aber ich kann mich töten Natürlich, Moment, okay Ich muss viel mehr mit Spawn arbeiten Das ist ja klar Und los geht's Es geht doch Ich hab ihn gesehen, ja, ich hab ihn gesehen, danke Dass ich immer ein bisschen Verzögerung habe Ohne meinen Eisblock wäre ich aufgeschmissen Nimm ihn mal weiter mit Irgendwie braucht ihn noch Ja, da rutscht der schon, da rutscht der schon Und da kommt er wieder Achso, ich muss den rübermanövrieren Und da war los, wow Wow Wie mach ich das denn Soll ich dir eine Kopfnuss geben? Das geht nicht Komm, das schaffen wir schon Das schaffen wir schon In dem Moment gebe ich eine Kopfnuss Und Nein Ich sehe gerade, dass da ein Herzchen drin Reingestanzt ist Gut Ja Jetzt werde ich mal transportiert Was das mit den Namen hier unten ist Das sind die Leute, die gestorben sind Ich spiele gerade jetzt In dem Moment bin ich der Der Altmodische Er Erhard Kreuse Der ältere Erhard Kreuse bin ich Jetzt gerade Zack Und der Lift kommt runter Ja, was hast du das Gefühl? Dich nehme ich natürlich mit, mein Schatz So Da steht Steck ein Eiswürfel rein Und die Tür geht auf Aha Geschafft Sehr schön Gut Wir gehen weiter Denn wir haben das Land jetzt dann glaube ich bald Hinter uns Ach, ich mag Jeff Hui Achso Das ist jetzt eine neue Transportmethodik Okay Ich bin immer fünf mit Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber Okay Ich will vier Vier will ich schon mitnehmen Die haben Platz da drauf Das geht schon Ihr müsst Ihr müsst einfach ein bisschen Bauch reinziehen Jungs Ich fühle es geht nicht mit vier Fünf Komm Ganz vorsichtig Da Egal Ich hab drei Drei sind auch gut Über damit Wenn jemand Jeff sieht Unbedingt sagen Damit ich Damit ich Jeff Quittern kann Wundervoll Ich brauch gar nicht Nein Wieder Immer viel zu viel Warte mal Ich nehm Ich nehm Na 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 Warte mal Scheisse Gehen wir kaputt da Jeff ist da Jeff mein guter Ich komme Ich komme Jeff Scheisse Kann ich hier runterfallen Ach so ist es Hier kann ich wahrscheinlich Das andere deaktivieren Was ist wenn ich Eis runternehme Ich nehme mal noch ein bisschen Eine Portion Eis runter Ich weiss ja nie Das geht schon Das geht schon Das geht schon Das geht schon Jungs Einfach Los 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 Eis ist nicht nötig Ich hab's jetzt trotzdem mit Eis gemacht Ich mag Eis Und täglich grüsst das Murmeltier So geht's Ist das das Ende Jetzt Ich glaube das ist ganz oben Die Lawine Wie viel weiter kommen wir Glaub ich gar nicht mehr Ja die Musik verrät's schon Woa 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 Scheiße Ok shit Ok shit Warte, warte, warte Nimmstens Oh shit Ich guck mal ein paar So Feuer deaktivieren Moment Sehr gut Feuer deaktiviert Weiter text Das machen wir noch nicht Wir frieren zuerst mal ein paar rein Was für eine Rutschpartie hier Oh shit Oh shit Ich will gar nicht wissen Wie groß der Berg ist Wir rutschen schon eine Ewigkeit Der lacht ja über den Mount Everest Aber wir machen mal einfach alles Eis Eis, 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 Baby Ich steh auf Eis Nur mit Eis Ist das kein Scheiß So jetzt Let's Rutsch Die Damen und Herren Wir gehen So Jeff, mein Lieber Wohlbekommt's Oh scheiße Jetzt muss ich nochmal rüber Nochmal Wir machen nochmal geil Wir machen nochmal richtig schön viel Es ist Sommer Es ist Sommer Man merkt es auch Das Wetter stimmt hier In dem Sommer braucht man viel Eis So ist es Also gut So Und go Lasst uns rutschen Jungs Achso Wuhu Coole Sache Gut Okay Wir gehen mal weiter Wir gehen mal weiter Wohl ihr ist da Wieder weg hier Wieder weg Das ist wenn ich hier runter springe Das ist wenn ich hier runter springe Ah das geht auch Okay Okay Was passiert wenn ich den jetzt hier runter frise Das ist eine ausgezeichnete Frage Ich mach mal wieder ein bisschen Eis Etwas haben wir hier an der Maschine So Die Musik ist gut Okay Okay Achso Wir können hier einfrieren Und wieder entfrieren Hop Und los Und los Ich mach nochmal Eis 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 Baby Warte noch Noch nicht rutschen Jungs Noch nicht rutschen Wir gehen zusammen Ich will noch nicht sterben Lass mich leben Okay Moment Moment Ja ich seh es Da unten ist der Pokal Für die Bekloppten Nein Jungs Wir machen eine Doppelschiene Eine Doppelschiene reicht Und Oh yeah Meins Boah Okay Wir haben es geschafft Und dafür nur 52 Leute geoffert Komm wir runden es ab Auf 50 3 Minuten 50 Sekunden Das war cool Schutzbrille Die dient zu Nichts So ist es Okay Really Boah da geht es ja noch Mega viel weiter Ich dachte es sind nur 3 Level Sind mehr als 3 Level Müssen wir noch Einen Zahn zulegen Aber wenn das immer Schwieriger wird Habe ich Probleme Bald Was ist das denn Was ist das jetzt Achso Das Ding Das schwebt Der Arme Fällt und fliegt Und fällt und fliegt So Gordon aber Tick Mein Lieber Wir machen Moment Ein bisschen anders Ich will noch nicht Ohne Ende Das Spiel Nein Vielen Dank Vielen Dank Dass du da geblieben bist Oh Gott Und fliegen Nicht Ja Genau Okay Okay Boah ich bin immer noch geflasht Von dem vorhin Von der Lawine In einer Minute Haben wir es gemacht Sehr schön Jeff haben wir auch wieder gekriegt Und weiter geht's Okay Wir müssen irgendwie Wir müssen irgendwie Irgendwie müssen wir Jeff füttern Warte mal Achso ich weiss wie es funktioniert Okay Frieren Nein Nein So Dann lass ich dich durch Nein Oh Gott Sehr schön So Muss ich aber irgendwie noch rüberkommen Wie kann ich zu Jeff runter Hm Ich weiss wie es geht Macht aber Fingerspitzengefühl So viel zu Fingerspitzengefühl Nein Das muss doch anders gehen Wenn er hier an der Kante Uh Nicht gut Leymar Guten Abend Was ist wenn ich einfach ein Paar mache Na 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 Soviel zu Meinen Soviel zu Paar Pff Uh 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 So Nein Er wollte Zurückschweben Ich will Warte mal Die sind ja da gegrillt Ne Damit bin ich jetzt verbrannt Und los Okay Jetzt ist er auch verbrannt Na scheiße Wie komme ich denn hier jetzt wieder rüber Ich nehme dass ich das deaktiviere und darauf rumreite oder was So könnte ich eigentlich auch zum Chef Vielleicht müssen wir das auch irgendwie anders machen Kann ich das Feuer nicht irgendwie ausschalten Komm Chef Komm Chef Play Marv Guten Abend Ich nehme Ich mache irgendetwas falsch Ahhhhhhhhhh Achso Moment, Moment Nein nicht zu schnell Ganz langsam Das war's nicht Komm Chef, ich komme Ich bin auf dem Weg Upsala Ich weiss gar nicht ob er gefroren ist Ist er gefroren? Ahhhh Ich muss jetzt irgendwie rüber manövrieren Ich will das schaffen Scheiß Ehrgeiz wieder Nein 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 Ich weiß nicht mal ob das richtig ist so Das war's nicht Das ist jetzt Okay Ai, 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 ai. Verdammt. 99.000 Ritter incoming. Chevy! Das gibt's nicht. Come on. Das sind einfach so viele. Dass er gar keine Wahl hat. Nein. Es ist teilweise so knapp. Aber selbst wenn ich einen Leichnam da habe, glaube ich nicht, dass ich es so einfach hinkriege. So leicht geht's nicht. Das kommt nochmal. Nein. 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 Dass ich dieses Feuer auch nicht ausmachen kann. Nein. Es war knapp. Es war so knapp. Das war so ... macht mich so fertig ich will doch nur chef wird dann das hauptproblem ist dass ich nicht mal weiß ob er auch eis ist das gibt es einfach nicht aber mit einem funktioniert gut und ich muss es dann mit einem zweiten muss ich gut steuern können das könnte funktionieren ich muss muss schneller sein aktivieren sie ist schon von alleine na super jetzt habe ich ein leichnam hier ob das wirklich so beabsichtigt haben das ist ja brutal schwierig dann nein 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 ich kann nicht runter springen weil mich die energie hoch ziehst du es deswegen geht das nicht man auch das ist der eisblock der rutsch so scheiße mein stream ist schließlich vielen lieben dank freut mich sehr ich will dir nur ein bisschen eis bringen du weißt es i love you das ist das behinderte am ganzen ich muss meinen zweiten eisblock muss ich genau so positionieren ja 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 Hahaha Ich probiere Jeff da unten zu füttern Das Tier da, das unterhalb von mir ist Ich probiere das zu füttern Ich probiere da einen meiner Leichnam Ein Leichnam von mir hinzukriegen Ah Ja, episch Ah, so Es geht schon, es geht schon, es geht schon Ah, shit LOL LOL Na gut, dann Also Soll mir auch recht sein Hauptsache, es funktioniert Nein Oops, dann Ja, es ging nicht Ich konnte nicht einfach runterspringen, weil ich wieder hochgeschwebt bin Wenn man es normal macht, schwebt man wieder hoch Also ich bin jetzt, weil ich mit Geschwindigkeit nach unten reingesprungen bin, bin ich dann unten reingekommen Aufmerksam, also Ja, hier Ja, das ist